Sehr schön. Ihr Lächeln ist anders als früher. Wirklich? Ja, viel sanfter. Woher kommt es, dass ich das Gefühl habe, sie schon seit Jahren zu kennen? Weil ich sie gerne habe. Und weil wir uns kennen. Und diese Bücher, ich liebe sie. Nachdem ich die Muttertung, die all die Englisch-Lang und die verschiedenen Worte, habe ich sie geschrieben, und alle von den Büchern, die er geschrieben hat. Und in einem Buch, da war es ein Buch für eine andere, called Last Chance to See, von Douglas Adams. Und Douglas Adams geht um den Planeten, documenting die Tiere, die vielleicht zu sein, So er hat sich die Komodo-Dragons geschrieben, um die Komodo-Dragons zu sprechen. So er hat einen Fotografen von einem Komodo-Dragons headfirst in den Boro. Es sagt, Komodo-Dragons sleep headfirst in den Boro-Dragons. Es ist eine sehr, 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 sehr gute Idee, zu denken, dass es seine Taille ist. Das war die erste Länge, die wirklich in meinem Kopf ist. . .